Es war gar nicht so leicht, euren Boutier zu bereden, mich hier reinzulassen. Aber sonst wäre es ja keine Überraschung gewesen. Dann bin ich wohl etwas zu schnell vorgeprescht. Dein Vater? Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ich ihn nicht mehr wiedersehen werde. Wenn du lieber alleine sein möchtest, dann... Es ist wirklich sehr lieb von dir. Du solltest besser auf deine Sachen aufpassen. Es hätte teuer werden können. Vielleicht habe ich es auch extra liegen lassen. Anders kriegt man dich ja nicht mehr zu sehen. Ach, das ist doch nicht wahr. Schau mal, kann ich dich dafür begeistern? Gurria in Prado? Eine fantastische Ausstellung. Außerdem würden dir ein paar Tage in Madrid bestimmt gut tun. Ja, da könntest du allerdings recht haben. Soll ich zwei Flüge buchen? Für morgen früh? Morgen früh schon? Ja, warum eigentlich nicht? Ehrlich? Oh, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Schön. Ich melde mich dann bei dir. Parapro von Land. Guten Tag, Frau Felix. Warst du bei Ansgar? Ja. Elisabeth, wir müssen uns damit abfinden, dass er jetzt jeder Sagen hat. Damit werde ich mich niemals abfinden. Das Testament ist eine Fälschung. Der Gutachter hat ausdrücklich bestätigt, dass die Unterschrift... Ansgar hat sie gefälscht. Er hat es selbst zugegeben. Und ich habe auch eine ungefähre Ahnung, wie er den Notar dazu bewegt hat, bei der ganzen Aktion mitzuspielen. Hm, ich muss es nur noch beweisen. Carla. Johannes hat dich zu Alleinerbin bestimmt. Er hat es mir selbst gesagt. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis du bekommst, was dir zusteht. Carla. Hast du bei der Ruhestellte nichts erreicht? Im Gegenteil. Er hat alles gestanden. Wollte mit ihm gerade zur Polizei, da kam Ansgar. Knickt der Feigling wieder ein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden das Testament gefälscht haben. Du glaubst mir nicht? Ich habe Herrn Dr. Hochstädter immer für einen integren Menschen gehalten, der sich nie auf sowas einlassen würde. Willst du damit sagen, dass ich lüge? Nein, natürlich nicht. Carla. Warum sollte ich mir so etwas ausdenken? Ich hätte doch keinerlei persönlichen Vorteil davon. Alles, was ich will, ist, dass Johannes' letzter Wille erfüllt wird. Und nicht ausgerechnet Ansgar seinen Erber antritt. Du solltest die Firma übernehmen. Das hat sich Johannes ausdrücklich gewünscht. Aber die Unterschrift ist echt. Das hat der Gutachter ausdrücklich bestätigt. Du glaubst mir nicht. Gut, ich kann dich nicht dazu zwingen. Aber ich kann weiter gegen diese schreiende Ungerechtigkeit kämpfen. Mit dir oder ohne dich.